die jörgte Roboter sind er hat recht das ist wirklich ein Arschloch das war es ist das ist das war so was kommt auf der Zeit so mit den Kieskanzler Grunemann ich verstehe das er der Zeit haben Karte Sainz der Bock ist vor allem das wunderbare Getränk na klar geben die nur einen Drink die ist eigentlich ganz nett schon dran ich hab keine Ahnung mehr was abgeht Marketing falsch gelaufen die Viecher sind schon geöffnet worden das heißt sie sind leer und leere Dosen wollen einen verprügeln jetzt hab ich's gecheckt deshalb bringen wir auch keinen Drink von denen Fuck Saintsflow ist sicher genial und wird hyperaktiv lässt uns garantiert Häuser wenn du hochlatschen gib mir die Shotgun nicht nur ne Hand das ist das komplette riesige Viech was du denn von mir gekillt wie viele denn noch so das Gewehr ja er hat recht alles in die Luft ist nicht immer toll oh mein Gott Paul das Viecher ist voll der hat sich an alles gedacht der hat sich an alles gedacht ja sicher ja ja komm hervor Paul das ist voll zwischen die Augen kann man nur so dumm sein ey er hat das Ding geschaffen ja oh Paul ja richtig so deine hässliche Dosenfresse nein oh so schnell kann der einen grillen Null mitgerechnet Null mitgerechnet here we go Panzerfaust ok ok Laser nicht so fein gotcha oh mein Gott ich muss so aufpassen dass er nicht mit dem Laser trifft Laser ist Bosse ey ey das ist doch dumm wie kann ich dem Laser ausweichen tja I don't get it wir finden schon einen Weg wo liegt der Idiot voll in die Dosenfresse so weh ich werd jetzt nochmal von dem scheiß Laser getroffen gut fuck yeah lass mich mit deinem Laser in Ruhe mein Gott Paul verreckt der steckt wahnsinnig viel ein ja das ist schon besser die Schuhe oh die Dosen töte die Dosen wie sich das anhört oh Gott kommt da die Dosen bitte nicht ich glaub das sind schon die Dosen immerhin die Eier Hodenabschlacht ich glaub das ist ein passendes Wort get the fuck away from me ok ja ja schieß Raketen auf Paul ich hab keine mehr nope nada nix oh gibst du mehr Munition ist doch mal nett naja der hat in der Küche geworfen oh und nochmal schön ins Gesicht boom boom irgendwie juckt denen das gar nicht der bewegt sie noch nicht mal verreckt die können Dosen eigentlich verrecken au hart 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 ok es werden langsam viele Dosen man muss hier mal reinziehen ich rennen vor Dosen weg wenn die mich kriegen bin ich dran und das wäre noch immer mehr du kannst auch mal anfangen zu rennen warum fängt der gern zu rennen nice lass mich null davon aufhalten genau so komm her Paul oh der ist umgekippt ich weiß nicht wie du kannst Paul Kinsey woher du bist du bist? ich weiß nicht wie dein Name ich versuche dich zu lösen wie du dich großartig für die Sache was was du bist 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 du mit we Schildklinik und daher fliege ich das Ding überhaupt ich kann es gar nicht fliegen Fahregg Ball Riesige Szeodose Der Arme Ich kann das Ding steuern Oh, der ist auch noch gefäglich Ok, die letzte Mission war komisch Das ist das geilste überhaupt Komm her, du kleiner Pisser Boah, ich knock die Scheiße aus dir raus Ich kann nicht reden Oh, er wird wieder Laser-Eye Oh, oh Oh, du weißt, was ich meine? Niemand versucht zu melden, meine Statue Was? Schau! So, ob ich das Ding steuern? Keep dreaming Man, dieses Ladle macht alles Komm schon Das ist richtig, Joe Hinges Eluminamin Fall in die Fresse Ich meine, es gab auch wie Xbox so Godzilla und so Da hat man auch schon so gekämpft Da mein Saint-Thrower ist einfach nur Epic Ei, 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 ei Ich bin so lange außer Gefecht gesetzt Wie, ich kann das nicht blocken Finish him! Endlich bekommen wir den Drink, den wir gebraucht haben Fuck yeah, das war richtig geil Riesiges Ding You ready to get out of here? Can't wait to get back to Earth Right, forgot to tell you Earth got blown up What? What? Äh Erdrecht Erde steht nicht mehr Gott, du bist ja auch mal richtig geil Riesig Genial Du bist ein riesiger Vieh Einfach nur auf die Dosenfresse Hell yeah! Auf zum Portal Oh, wir können Mitstreiter rekrutieren, ne? Halt dich gedrückt Halt dich gedrückt Äh Die Oma will ich haben Den will ich haben Komm her Wuhu Oh mein Gott, das Teil ist explodiert Sorry, kann ja mal passieren Okay, mehr Chaos, mehr Chaos Wie wär's mit Hm Loyalität können wir auch noch haben Was das wohl bringt Eine Hauptaufgabe will ich noch machen Will noch den letzten befreien Es sind nur zwei, die wir befreien müssen Okay Dann retten wir Ben King Äh, wie sieht's aus jetzt mit meinen Kräften? Kräfte? Äh, zum Beispiel Telekinese, Blast, Stampfer Oh Moment, Moment Super Sprint Ich kann immer noch nicht über Wasser laufen Das heißt, das müssen wir freischalten Null Problem Und nach dieser Mission Wenden wir uns wieder Voll auf die Nebenaufgaben Richtig drauf Oh ja, hier stampfen wir mal Uhhh Nein Holy Shit Ah, ich hab's schaffen können Geht doch, Präzisionsabsprung am Zaun Ich hab manchmal das Gefühl, die respawnen an der Stelle Alle müssen ja verschwinden Aber irgendwie waren wir hier schon Kommt, bremst mich aus Verreckt Kann passieren So? Are you kidding me? The Boss is going back to a time when they weren't in charge When was the last time you saw that? I feel like this is an invasion of privacy When did that ever stop your administration? We never invaded Yes we did Jesus, what did we do? I'm committing treason if I tell you I think treason only matters if you have a planet on which to be tried Hahahaha, wird die voll die Eier gesäppt Dann lacht er auch noch so dreckig Ich mag den kurzen Ich mag den kurzen Well, I guess it worked out for her